ja guten Tag egal vier Redstone das Problem ist jetzt habe ich permanent drei Redstone im Inventar solche behalten ja haut doch mal das Zeug weg was du mit hast warum hast du ich so habe ich guck hier ist noch was drin ist für dich da ne will ich noch doch den nimmst du sammeln wir doch eh ne ei coole Regale ei genius das ist schlau du brauchst nur eine Redstone Fagel du merk ja krafte dir eine Redstone Fagel hab ich gemacht da ist ein Fagel aus dem Diamanten es gibt bestimmt eine Kiste mit du bist vielleicht schlau ne hast du den find ich aber ne coole Idee ne nimm die mit hast du schon umgelegt nein ich hab's ja nicht geschafft die Challenges mache ich auch nix gut yes ich bin so gut die war ruhig anstrengend die war ruhig anstrengend aber ich hab's geschafft dann bin ich auch ruhig hier auf die Schulter klopfen äh was für ein arrogantes Aufschlag hallo die war voll schwer woher CO2 ja ne das ist torto gewesen oder wozu und die Schaltung seit neuestem hirschel 7 den Schadensmache nass ich gesagt wo ist schritt schritt Exit Wo ist der Eingang? Äh, Philipp Was denn? Und? Achso, ich dachte, der war der Eingang Ei, guck mal Ach, oh, oh Ich bin der scheiß Namen Hä, wo, hä? Chillen, schneiden Wo ist denn der Eingang? Ich durf Ich glaube, ich hab ihn gefunden Ambers, 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 Ambers Ah Nö, doch nicht, was? Hä? Ja Chillen, sieben Schell ich auch, hier vorne Ich komm nicht mehr raus Ich komm nicht mehr raus Oh, ne Oh, ne, Labyrinth auch geil, das find ich cool Ich geb auf Ein dunkles Labyrinth, oh, fick dich Ich seh nix Mach doch die Helligkeit ein bisschen höher Options Meine ist nochmal ganz hell Du machst aus Ich hab hell, ich seh nix Stell dir mal ein Bildschirm ein bisschen heller Ich lufte jetzt einfach nur, ja Siehst du was? Ja Ehrlich? Aber hier ist ne Sackgasse Ich seh genug Okay Ich seh nix Ich seh gar nix Ich seh nur schwarz aus und dein weißen Striff Philipp, verlass mich nicht Ach nö, ohne Witz Das mach ich nicht Nö Das heißt, du gibst ein Labyrinth auf Ja Ziel gefunden Echt? Noch ein Labyrinth oben drüber Okay, slay ich Au! Fuck, ich bin schon unten Ich seh immer noch nix Ja, wir seh grad du was Du hast ja in gleiche Städte teleportiert, wo du grad warst Oh Weil ich grad runtergefallen bin Ah, jetzt sehe ich alles Chito Warum, warum Warum war das gemacht? Ich hab dann gilt nicht Aha, aha, aha Hallo Da war er gleich vor der Nase ist Ding Hallo, vielleicht Komm, guck mal was ich hier hab Du siehst du so viel Kutschi kutschi Ich seh gut Loll Loll Ich bin schon dreimal am Auskommen vorbei gelaufen Nee, Labyrinth und dazu sehe ich nix Das ist so absolut Aber was, du siehst doch jetzt was Die Zuschauer sehen doch die ganze Zeit nix Das ist seltenes Doch Wum sind zu sehen nix Ja, bei YouTube Ja klar, schwarzer Rand Fäden Hast du es? Ja Und jetzt? Die Sprünge Aber du siehst auch Du hast Labyrinthe zweimal aufgegeben Nee Da war kein Challenge Ende Ja, dann kannst du aber hier einfach zwischendrin weiter machen Hab ich ja ohne Hab ich das halt mit aufgegeben Tja, machst du nix Du hast komplett die Bücherei aufgegeben Und ich hab anscheinend das jetzt komplett aufgegeben Ich versteh ne, warum gibst du n'n Labyrinth auf? Ich seh nix und es ist n'n Labyrinth Ich denk, du hast n'n Nachtsicht dran genommen Ja und, es wär ja trotzdem geschummelt Ja und, ist doch scheißegal bei dir oder jetzt so? Naja, ist doch egal Probier's doch nochmal aus Nö Und das ist jetzt scheiße, aber es gibt keinen Bock, das alleine zu machen, ja Na, ich hab komplett aufgegeben, tut mir leid Ich grad, du musst ja die letzte auch komplett alleine machen Ja, ich hab aber wenigstens bis zum Ende versucht, bis du fertig warst Du gibst ja schon von Anfang an auf Ohne überhaupt anzufangen, Risch Bei nem Labyrinth Ja, und nem Labyrinth Wo ich nix seh Ob ich nicht weiß, ob ich gegen ne Mauer laufen Ja, dann trägt er deinen Nachtsichtdreck und läuft trotzdem durch Ist doch scheißegal dann Ja, bin ich ja Ja, aber du hast n'n Außer bei der letzten Etage Das versteh' ich, ne? Zuschauer versteh' mich Nö, ich sag' ich ja, ne? Ich soll das n'gämmer drausgehen Obwohl, sei egal Nein So Das ist nur für mich Und? Ich muss das noch so sein, nur ein Verrührung Wie soll denn das gehen? Das ist doch klar, ist doch immer so Was nützt mir das? Bleibst länger in der Luft oder was? Ja, meistens Beim Sprung Ach, das ist auch mit dem Sand, da kann ich nicht durchdrehen Geh doch mal weg hier Ja, schlag mich doch weg Kann ich nicht Das wär cool Kann man das ja nirgendwie abkürzen? Doch, zum Schluss Juhu Das hier, das könnte ich aber schaffen Wenn ich's machen, oder? Dann mach's doch Nö Hab die Leute aufgegeben Ja, warum auch immer? Oder wir einigen uns, dass wir Teile aufgeben Da hast du aber vier mehr Oder wir einigen uns darauf aufgeben Erst Wenn's eh noch geschafft hat Das hast du geschafft Was wär denn jetzt der Unterschied Ob ich da unten jetzt Im Labyrinth stehe Und nicht jetzt Was ich hier Kartenspiel bei mir jetzt privat Weil ich das nicht machen werd Trink da deinen Nachtsichttränk Und machst Ist doch scheißegal jetzt Nein Das zittert da nur erst geschummelt Hätten wir uns geeinigt Wir dringend den zusammen Ja, ich seh doch was Ist denn jetzt so, dass ich überwähle Wir beide komplett schwarz sehen würden Aber ich seh auch schon genug Ich Gar nix Ja, dann Ja, das gibt mir das Spiel aber ne Herfen Daher hab ich da keinen Bock drauf Ja, dann würden sie es aber ausgleichen Dann würden wir beide ja wieder sehen Du hast so viel weniger gesehen Als ich dann mit Nachtsicht Ja, ich hab auch genug gesehen Na, wenn ich das geschafft hab Und du bist noch dabei, dann Mach ich das Ja, dann mach das aber wenigstens Im Game 2 Hab ich mir auch grad gedacht Boah Das ist noch schlimmer als alles andere hier Sand ist das Schlimmste Il hat so seine Macken Ich hab jetzt nur noch die Macke Irgendwo abspringen, wo irgendwas über mir ist Also nicht direkt so Wie wir es jetzt gehabt haben Da hat mich das Spiel geprägt Das kann ich jetzt Sondern von irgendwo runter abspringen Ich will ja nicht sagen Aber auch kann sein Dass der Game Mode Die Steakies zu Black macht Ja, das glaube ich nämlich Irgendwas anderes macht Denn draus Ist ja furchtbar Rutsche immer über die Stöcke Okay Shift Last gibt's nicht mehr So So Du weißt Shift hast ja gut So Ey, ohne Shift klappt das einmal Ich schaff den Sprung noch nicht Mach den Einzelsprung So, links rum oder rechts rum? Hä? Links Du musst mir vertrauen Bist du rechts rum gesprungen? Nein, ich bin links rum Aber ich hab den ersten Sprung nicht geschafft Links rum So Kommst dir ja angesneakt Ja, das entschleunigt Wo ist das? Hm Hm Musst du den ersten Sprung mit Einzelsprung oder mit Doppelsprung? Doppel Geht der Einzel? Weiß ich nicht Ich bin aber so schnell Ne, das geht einzeln Okay, ich bin auf derselben Situation wie du Und hab's nicht geschafft Geschafft Ach, rechts rum ist mir ne Sackgasse Ja Auch Hast du es komplett geschafft? Ne, letztlich funkt So Letzt so Okay, warte Wie war das, wenn ich es geschafft habe, machst du es unten nochmal? Ach ne, wenn du es erst geschafft hast Ne, wenn ich es geschafft habe Was ist das? Weiß ich nicht ernst Du wärst schuld, dass du nicht mehr hochkommst, ne? Aber hier sind wir doch richtig Wo sind wir denn sonst lang? Wo kommst du da unten weiter? Kommst du da unten weiter? Ja, ich guck grad Ja, da drüben ist eine Bonus-Truhe Hier ist ein Weg Ja, hier geht's weiter Hier geht's jetzt durch den Palast Ich würde aber trotzdem schaffen, da rüber zu springen Hä, warum denn? Ja Hä? Ja, sechs Niederstanne Warte, komm Also ich bin richten Weg gegangen Bonus Gucken wir uns erstmal Bonus an, oder? Die ist zu Wieso? Was ist denn da drinnen? What? Also was zählt denn das jetzt? Geht ja weiter mit Challenge ab Geht da erstmal in den Bonus rein Ui, das ist doch eine schicke Wand Hey, cooler Grundleuchter Hast du mal gesehen? Oder gefällt mir jetzt auch nicht so ruhig Der hier Der da, ne Der hier Gefällt mir trotzdem nicht so ruhig Guck mal, hier haben Oh, deine Idee geht laut hier mit den Tischen Ja, die ist ziemlich bekannt leider Ich würde nochmal nach ganz oben gucken Hast du die andere Seite gesehen mit den Bildern? Oh, hier gibt's noch Sprünge Wo gehen die hin? Da oben ist eine Kiste Oh, da will ich nicht hin Wir hüben die Ecke, meine ich Hüben ich wie im Nether, das ist nicht gut Ich seh auch kaum hier was Mensch, hast du denn Bildschirmeinstellung zu dunkel, oder? Warte mal, spielen wir da noch mal Ja, Menü Kontrast oder Brightness? Brightness Brightness Menü Zack Zack So 74 von 100 Warte mal, 100 Okay Warte, ich habe da den Spiel aufgestellt Menü, wir müssen draufklicken Zack Zack Auto Geschafft Menü Auto Okay Aber ich weiß, vielleicht muss ich anders mal mal gucken Kommst du raus? Ja Hier geht's weiter, sagst du? War ja da mit Challenger auch da Challenger Zählt das jetzt nur als Einzelding da drüben, oder nicht? Homest du raus, meinst du raus, bist du ja irre Souhaut Ich habe da mit dem zool, das war denn